Ja, bei mir Christian Britschow. Hallo erstmal bei kalten Temperaturen hier. Heute ist ja Trainingsauftakt. Ja, wie war es? Konntest du dich in der Winterpause ein bisschen erholen? Ja, das auf jeden Fall. Klar, viel Zeit, schöne Zeit mit der Familie verlebt und ja, jetzt sind wir wieder alle voller Tatendrack und freuen uns endlich wieder hier auf dieser schönen Anlage zu sein. Die letzten zwei Partien vor der Pause waren sicherlich nicht so, wie du dir sie gewünscht hast. Ja, machst du dir da noch Gedanken oder ist das jetzt erstmal abgehakt und blickst du jetzt schon nach vorne und bist voll im Fokus auf die Restsaison? Wir sind schon im Fokus auf die Restsaison, aber diese Spiele aufzuarbeiten und dann nochmal drüber zu reden, ist natürlich klar, dass wir das machen. Wir haben ja auch zwei Spiele gehabt, die man komplett unterschiedlich einordnen muss. Das letzte war vom Ergebnis her natürlich sehr, sehr unschön, aber es war von der Leistung, zumindest die ersten 60, 65 Minuten, wahrscheinlich mit das Beste, was wir in dieser Saison gespielt haben. Von daher, der Fußball hat manchmal solche Wendungen und solche Spielverläufe. Das müssen wir einfach akzeptieren, aber das war vom Ergebnis her nicht schlecht. Ach, vom Ergebnis her nur schlecht und nicht vom spielerischen her. Und das Spiel gegen Freden, ja, da sind wir auf den Gegner gestoßen, der das gut gemacht hat, der das defensiv gut gelöst hat. Und da muss man auch ehrlich sagen, dass wir da keine gute Leistung abgeliefert haben. Von daher müssen wir das also zweigeteilt sehen. Wir haben mit einer etwas schlechteren Leistung einen Punkt geholt und in einer richtig guten Leistung haben wir eine richtige Klatsche in Spockhövel bekommen. Aber das zeigt eben auch, wie eng diese Liga ist. Und wie gesagt, das gehört zum Fußball dazu. Das müssen wir so hinnehmen und damit kommen wir auch klar. Gut, dann blicken wir auch mal in die Zukunft. Nämlich, wir haben jetzt drei Neuzugänge mit Mike, Jake und Sammy. Ja, und dem entgegen stehen jetzt im Moment vier Abgänge mit Nico, Casey, Russell und René. Und wenn wir, müssen wir eigentlich auch noch Basti Kleine zuzählen, wo wir noch nicht wissen, wie es so weitergeht. Ja, wird noch was passieren diesen Winter? Also Basti lassen wir erstmal außen vor. Basti tritt kürzer und wird die Vorbereitung noch größteilig mit absolvieren. Und da müssen wir einfach mal sehen, wie es seine Zeit und seine Familie zulassen, dass er uns noch weiter zur Verfügung steht. Es war schon richtig, dass es vorerst sein letztes Spiel war, vor der Winterpause. Wie gesagt, wir werden es dann sehen. Die Abgänge, das waren alles Wünsche von den Jungs selber, die auf uns zugekommen sind und die sich da sportlich verändern wollten, mehr Spielanteile haben wollten. Und von daher muss man an so einem Punkt auch dann diesen Schnitt machen und den Jungs auch die Möglichkeit geben. Wir wünschen ihnen auf diesem Wege nochmal alles Gute. Sind auf der anderen Seite froh, dass wir diese drei Zugänge jetzt schon zu vermelden haben. Jake war ja eh klar, der ist dann, der ist jetzt seit 1.1. dann auch offiziell, hat er die Spielerlaubnis vorliegen. Von daher freuen wir uns da sehr auf der Torhüterposition jetzt wirklich dreifach ausgestattet zu sein und müssen so dann nicht immer. Und auf diesem Wege nochmal vielen Dank an Philipp Kunz. Wenn irgendwann mal was passiert, nicht jedes Mal direkt bei Philipp anrufen. Aber wir wissen, dass Philipp weiterhin uns zur Verfügung steht, wenn was passiert. Ja und mit Semi und mit Mike haben wir eben zwei Neuzugänge, die sich hier heute erstmals der Mannschaft präsentieren, über die ich sehr, sehr glücklich bin. Ja, jetzt zu einem anderen Thema. Und zwar haben wir ja eine Lichtpatenschaft. Und erfreulicherweise haben wir da auch schon bereits viele Unterstützer gefunden. Wie sehr hilft es euch? Ich filme mal gerade hier. Man sieht es nicht so gut, den Mast. Da hinten steht noch einer. Wie man sieht, ihr könnt am Espenloh trainieren. Ich glaube, das war im Winter bis jetzt noch nicht oft möglich. Ja, wie sehr hilft euch das, dass ihr hier heute spielen könnt und trainieren könnt? Ja, das hilft uns total. Und zwar nicht nur uns, sondern dem ganzen Verein. Also wenn wir hier jetzt nicht trainieren könnten, müssen wir zu Berliner Straße. Wir würden da wieder mit der Jugend um die Trainingszeiten uns auseinandersetzen müssen. Und das wäre natürlich für beide Seiten sehr, sehr unschön. Wir sind froh, dass wir hier auf unserem geliebten Naturrasen trainieren können. Und ohne diese Lichtpatenschaften wäre das eben absolut nicht möglich. Von daher auf diesem Wege vielen, vielen Dank. Das, was ihr hier in meinem Hintergrund seht, ist nur möglich dadurch, dass wir diese Lichtmasten haben. Und ohne die würden wir jetzt hier auch gar nicht stehen, weil da wäre es echt fast stockdunkel. Und da kannst du dann eben auf diesem Niveau nicht trainieren. Von daher vielen, vielen Dank dafür. Ja, und nicht nur vielen Dank. Da wollen wir natürlich auch noch mal aufrufen. Ihr könnt euch natürlich auch noch weiter beteiligen. Da würden wir uns sehr freuen, weil das dem Verein auch einfach noch ein bisschen mehr Handlungsspielraum ermöglicht. Und ja, euch viel Spaß beim Training und ja, wir sehen uns dann bei den ersten Testspielen. Am Sonntag geht's los in Herne und dann in dem Sinne euch viel Spaß. Alles klar, vielen Dank und alles Gute. Bis bald. Wir freuen uns auf euch.